Ja, hallo liebe Freunde, eine ganz kurze Mitteilung für euch. Es ist noch nicht entschieden, ob die Demo stattfinden kann, am Samstag stattfinden kann oder nicht. Die Anwälte sind auf dem Rechtsweg, also ich nehme an, Verwaltungsgericht, Landes- oder Bundesverwaltungsgericht. Die zweite Meldung, die sehr interessant ist, Robert F. Kennedy, Junior, ist in der Stadt. Er hat hier ein Meeting mit seiner Institutionen. Er ist eingeladen vom Veranstalter für den Samstag. Man hält sich da bedeckt, aber eventuell, wenn die Demo stattfindet, kann es durchaus sein, so wie wir bereits vermutet haben, dass Robert F. Kennedy vielleicht auch ein paar Worte reden wird. Wir müssen abwarten. Bis zum nächsten Mal, einen Daumen hoch, abonnieren und tschüss, bis dann.